Vielen Dank, schönen Nachmittag. Ich hoffe, jeder hat einen schönen Kongress. Wir sind jetzt relativ nah am Ende und es war auch viel Spaß für mich und es ist toll, hier zu sein. Ich bin von der Elektronischen Grenz Foundation und es geredet über ein Projekt, das wir seit einer Weile darüber geredet haben, in Geheimhaltung. Und es ist richtig schön, das zu veröffentlichen und darüber reden zu können und es mit den anderen zu teilen können, unsere Ideen, unsere Pläne. Es gibt viele Akronyme in diesem Bereich. Es ist eine sehr kleine Auswahl davon, die ich reden müsste. Und ich möchte es einfach sagen, wenn Leute nicht mit Webseiten und Zertifikaten arbeiten, dann sind das ja die wichtigsten Abkürzungen, die häufig vorkommen. Das, was wir als Sicherheitsschicht über HTTP benutzen, und das war SSL. Heutzutage wird TLS benutzt, das ist eine neue, es ist aber diese neue Version, dasselbe Protokolls. Wenn Sie das über HTTP machen, dann wird es HTTPS Secure oder HTTPS und es gibt ein Format für Zertifikate, wo wir die öffentlichen Schlüsse nehmen und das wird X509 benannt. Die Infrastruktur, auf die alles aufgebaut ist, nennt sich PKI, der Public Key Infrastruktur, öffentliche Schlüsselinfrastruktur. Und es gibt CAs, Zertifikatsautoritäten, die digitale Zertifikate ausstellen. Ich versuche, die anderen nicht zu benutzen. Es ist eine Technologie, die für uns als Privacy Autoritäten wichtig ist. Es ist wichtig, dass viele Leute verschlüsseln. Wir starten von einer Idee, wo viele Leute dieses IT-Sicherheit-Folklore hatten, wo nur verschlüsselt wurde, wenn finanzielle Daten übertragen wurden. Und das ist wirklich komisch, weil Kreditkartennummern nicht so sensitiv sind. Es gibt viele andere Sachen, die viel wichtiger sind als Kreditkartennummern. Aber viele Leute haben für viele Jahre das gemacht, dass diese Technologie nur für HTTPS genommen wird, für Kreditkartennummern und ansonsten mehr oder weniger gar nicht. In den letzten Jahren hat die Webgesellschaft gemacht und hat gesagt, auch wenn der Benutzername eingemeldet wird, wir müssen das Benutzername und das Passwort machen. Und danach, ja, wir müssen auch noch den Authentifizitäts-Cookie sichern. Und es wurde mehr und mehr wichtiger. Wir müssen viel weiter gehen. Und ich glaube nicht, dass ich diese Leute davon überzeugen muss. Aber wir müssen vielleicht andere Leute davon überzeugen. Wir müssen eine viel stärkere Vision haben, dass die Sachen um uns erhoben Kommunikationsnetzwerke sind, die uns die ganze Zeit angreifen. Diese Netzwerke kann man nicht vertrauen und wir müssen unsere Gespräche dadurch schützen, in vielen Situationen und vielen Angreifern. Es gibt eine große Menge von Gründen, warum wir Netzwerke als unsicher anschauen müssen. Und normales HTTP sollte nie Kommunikation irgendwie schützen. Es ist komplett unsicher. Die Transporte ist alles unverschlüsselt und jeder entlang des Weges kann es sich anschauen und verändern und Sachen hinzufügen. Nur um konkret zu sein. Wir sind ein kleines Beispiel. Nicht alle Gründer, aber das ist nur ein kleiner Teil davon. Wir haben Sachen wie Zeit-Tracking und Orts-Tracking. Es könnte ein Cookie sein. Das müsste nur ein Authentizität-Cookie sein. Oder nur ein Nachverfolgungs-Cookie. Und wenn irgendjemand anderes den Cookie sehen kann, kann es auch aus anderen Gründen benutzt werden. Zum Beispiel, um für dich als für dich auszugeben. Oder um einfach nur hinzukriegen, ja, das ist die Person. Und wir wissen inzwischen, dass viel Infrastruktur gebaut wird, um diese Cookies auch von großen Organisationen gemacht wird. Weil wir wissen, wer diese Person war. Und wenn wir dieses Cookie sehen, zu dieser Seite, dann wissen wir, wer die Person ist. Wir können dieses Gerät automatisch erkennen. Es gibt auch Software runterladen. Ich habe heute vor einem wichtigen Werkzeug gehört, die Installationsmedien für Linux-Distributionen gemacht. Man benutzt dieses Werkzeug, um startbare USB-Medien zu machen. Und die Frage war, wie kommen sie in diese Bilder? Und die Antwort ist, es gibt eine hart codierte List von 256 URLs und von denen können Bilder heruntergeladen zu werden. Je nachdem, welches Betriebssystem man herunter benutzen will, in welcher Version. Keins dieser URLs ist eine sichere Quelle. Alle sind HTTP oder FTP. und keine Verifikation der Summe oder der das heißt, man macht ein Installationsmedium für ein Betriebssystem und sie laden ein Betriebssystem runter bei einer komplett unsicheren Verbindung. Und man installiert nicht unbedingt das, was man wollte, sondern das, was alle anderen auf dem Netzwerk wollten, dass du installierst. Und das ist sehr häufig in vielen Schnellen bei Software. Software wird unverschlüsselt heruntergeladen und die Software wird einfach so akzeptiert. Die Privatsphäre der Leser ist auch sehr wichtig. Viele Webseiten wie Nachrichten sagen, alle Inhalt unserer Webseite ist öffentlich. Es gibt nichts Geheimes über die Webseite. Wir brauchen keinen HTTPS. Die Konfidentialität ist nicht, dass der Inhalt geheim ist, es ist, dass geheim gehalten werden soll, welches Inhalte der Leser lesen möchte. Bücherei-Mitarbeiter wissen das sehr gut. Jedes Buch in der Bücherei ist natürlich komplett öffentlich. Jeder kann reinkommen und den Inhalt des Buches lesen. Es ist kein Versuch diese Bücherei-Bücher zu verschwissen. Aber sie wissen, dass sie die Zusammenarbeit von dem Buch und dem Leser voneinander unterscheiden müssen. Sie müssen, dürfen nicht weiter sagen, wer was liest. Bücherei-Mitarbeiter haben das schon seit einer langen Seite gesagt. Jeder Teil einer Webseite könnte öffentlich sein, aber die Leser, die müssen geschützt werden, dass nicht jeder weiß, was sie gelesen haben auf der Webseite. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass manche Inhalte vom Netzwerk kontentiert werden, wie zum Beispiel das Goldene Schild-Projekt in China, wo wenn eine Webseite bestimmte Schlüsselwörter hat, dann wird die Verbindung einfach unterbrochen. Und mehr und mehr Seiten bauen solche Infrastruktur direkt ins Netzwerk rein. und um Censorship zu umgehen und dass niemand sehen kann, was übertragen wird oder mit wem man kommuniziert. Und in letzter Zeit hören wir mehr über globale Leute, die zusätzliche Informationen und Nachrichten oder Werbung in die Verbindungen übertragen. Also diese Leute machen einfach Kram in der normalen Verbindung oder der Mobilnetzbetreiber will helfen und packt einfach einen Header, der zeigt, wer ihr seid. Und das ist diese Manipulation und diesen ganzen Weg zwischen Überwachung oder kommerziellen Gründen. Also es viele Leute bauen tatsächlich solche Infrastruktur um diese Sachen zu manipulieren und diese Flüsse zu manipulieren und wir brauchen eine Vision von einem sicheren Web, der die Nutzern dagegen schützen kann. Es gibt viele Barrieren, um das zu nutzen. Warum nutzt ihr das nicht? Warum habt ihr keine Verschlüsselung auf ihrer Seite? Und es ist manche Leute sagen, es ist langsam. Es verlangsamt die Verbindung oder es braucht mehr Ressourcen, CPU. Für manche Leute, die eine Konfiguration mit Load Balancer und so weiter. Es gibt Tatsächlich weitere Fragen über Key Management, aber die Sachen, die man immer wieder hört, meistens, ist die Schwierigkeit und der Kost und ein Zertifikat tatsächlich aktuell zu halten, dass er nicht ausläuft, damit den Browser das ausnutzen kann. Und die Leute, die wissen, was das ist, ein Krypto ist, die wissen, was ein Webserver ist und was ein Zertifikat ist und verstehen, warum sie das brauchen. Leute, die das alles verstehen, brauchen immer noch eine Stunde, um überhaupt diesen Prozess durchzugehen, um das auszuholen. Natürlich, wenn man das jeden Tag macht, dann ist familiär und man geht schneller. Aber man hört ständig von Sys-Admins, die das nur einmal im Jahr machen und die müssen irgendwie online gucken, wie sie es durchmachen und die müssen mit den Syntax arbeiten von den Werkzeugen und so Dash Know How Manche werden diese sehr werden das verstehen. Ja, Dash Know Out oder Mindest Know Out. Das ist ein kompletter Prozess, der die Leute auch ablehnen, das die Leute nicht machen wollen und natürlich ist auch eine Sache des Geldes und auch dann natürlich ein Jahr später läuft der Zertifikat aus und Leute werden Fair haben oder man wird ein neues Subdomain haben und das nicht in der Zert ist und es gibt ziemlich viele Schwierigkeiten um das Ganze laufend zu halten und das ausrollen und wissen welche Schlüssel für welche Seite ist oder für Seiten und diese Web Service Konfiguration und wir glauben dass allgemein das ist die größte Schwierigkeit die größte Barriere für eine breite Ausrollung von dem ganzen Sachen und das ist etwas das wir eliminieren müssen und deswegen haben wir diesen Projekt Let's Encrypt geschrieben und wir haben angefangen mit der University of Michigan zu schreiben und wir haben das vor drei Jahre gestartet und arbeiten mit der Idee es soll und muss ein komplett automatisierten System geben der schnell frei also gratis die Zertifikate erstellen kann und es gibt andere die das auch genauso machen parallel um starker zu sein haben wir uns zusammen geführt um einen Projekt zu haben und wir wollen diesen Vision wahr machen und wir glauben auch dass es sollte einfach wir sollten auch besser sein als die derzeitigen Certificate Authorities in jedem möglichen Weg wir sollten einfacher wir sollten billiger und wir sollten sicherer sein und da müssen wir da starten wir haben kommerziale Partner wie Akamai Cisco und Eden Trust und damit diese Zertifikate automatisch von Browsers akzeptiert werden Um klar zu sein das ist die Frage die wir am meisten bekommen müssen die User irgendwas installieren in deren Browser und die Antwort ist nein die User werden unsere CA sofort out of the box akzeptieren und die Leute die wissen über Intermediate CA also ein Zertifikat Authority kann seine Macht geben indem es einen also delegieren indem es einen Zertifikat erstellt der selber unterschreiben kann und selber Zertifikate unterschreiben darf und es gibt sehr viele Entitäten die hatten diesen dessen Macht delegiert wurde und normalerweise wenn man ein Zertifikat für eine Website es ist fast immer unterschrieben von einem Intermediate zwischen Zertifikat Autorität und bei uns wird das alles unterschrieben von Identrust die werden uns diese Macht delegieren als Zertifikat Autorität zu arbeiten deswegen muss nicht installiert werden es gibt unterschiedliche Versionen von Verifikation die Zertifikats und Solidarität überprüfen unterschiedliche Inhalte abhängig davon welche Information im Zertifikat steht also die wichtigste Konfiguration ist dass man Domain Validation hat also die Zertifikations Autorität sagt ich habe überprüft dass derjenige der Zertifikat erfordert hat ist diesen Domain Name kontrolliert und Domain Verifikation sagt eindeutig nicht wer die Person ist sie sagen es kümmert sie überhaupt nicht sie sagen nicht dass es diese Organisation oder diese Organisation in irgendeiner Stadt sagen wir wissen das alles nicht aber diese Person hat diese Domain Name kontrolliert es es gibt auch andere Formen von Verifikation die sie machen im Private Key Autorität zum Beispiel welche Organisation das ist oder erweiterte Authentifikation sie sagen wir gehen hin und überprüfen welche Person dieses Zertifikat überprüft hat wir machen diese ganzen Zertifikat dass diese Person das gemacht hat eine Erweiterung ist zeigt dass man die Kontrolle über diese Domain hat glauben wir dass wir das Zertifikats Autorität mit einem sehr einfachen Shell Script ersetzen können das ganze ist viele Regeln das Shell Script darf nicht so klein sein und es könnte auch in Go geschrieben werden müssen aber wir müssen diese ganzen Industriestandards unterstützen damit wir ein Zertifikat Autorität sein dürfen und wir müssen ein Audit haben müssen zeigen was unsere Prozedere sind wir müssen zeigen was unsere Regeln sind und wir im Moment versuchen wir die ganzen Aspekte zu machen aber der Prozess kann komplett automatisiert werden für die meisten Fälle das kann von einer Maschine gemacht werden da muss kein Mensch dabei sein und das ist was wir machen so um ein bisschen weiter zu zeigen was wir machen Sie haben Ihren Client Ihren Nutzer das ist wie mit dem Windows System der Server ist der Client das ist interessant okay wir haben den Lab Server der Let's Encrypt Benutzer ist der zur Zertifikations Autorität zugreift mit einer Firma die wir hoffen im Betriebssystem eingebaut werden kann oder vom Betriebsprovider eingebaut sein wir arbeiten ein Protokoll und dass sich authentifiziert und die prozessieren und schauen was gemacht werden muss um das zu vereinfachen wir sagen wir der Client sagt ich kontrolliere diese Namen und ich möchte ein Zertifikat dafür der Server sagt okay um das zu beweisen solltest du das hier machen und der Client sagt okay habe ich gemacht hier ist der Beweis dass ich das gemacht habe und der Server sagt okay hier ist das Zertifikat im normalen Fall sollte das so einfach sein ACME ist ein JavaScript Object Notation basiertes Protokoll und das wurde von Richard Barnes von Mozilla entwickelt und es geht zu jedem dieser Schritte dieses Prozesse in Zertifikats auszustellen okay hier ist die Organisation wir haben eine Kalifornien nicht körperlich die Internet Security Research Group oder die SRG und sie arbeiten mit denen für die ganzen Audits und die anderen Authentifizitäten für eine CA zusammen und wir vermuten dass wir diese Möglichkeit haben Zertifikate für die Öffentlichkeit im Juni 2015 zu machen wir haben im Moment ein Technologie Preview sie können seinen Quellcode runterladen sie können seinen Quellcode erweitern aber im Moment um sie zu warnen Zertifikate die sie bei unseren Quellcode bekommen werden nicht ertraut werden wir können im Moment nur Testzertifikate ausstellen aber bitte probieren sie unsere Technologie aus ich möchte etwas sagen über diese Validations Methode die DVSNI benutzen wir glauben dass DVSI stärker ist als viele andere Zertifikations Autoritäten im Moment benutzen die Hauptidee ist dass die Verifikation fragt ob der versucht ein selbst zertifikiertes Zertifikat zu geben der Überprüfer macht dann eine HTTPS Verbindung zu dem Server von dem der das haben möchte und schaut dass das Selbstzertifikate dort ist und die entsprechende Information hat und wenn sie einen starten entloffenen HTTPS Server hat muss das nicht unbedingt Probleme damit geben sie müssen nicht ihr Zertifikate damit austauschen weil wir ein anderes Mechanismus haben über den Server Name Mechanismus wenn wir möchten kommunizieren dann fragen wir einen unbekannten oder nicht benutzten domain name und es wird ansonsten nicht benutzt also wenn sie eine laufende Seite haben werden wir mit ihrer Seite nicht interferen und normal weiter die Verifikation parallel dazu durchführen und die Grundlage ist dass es beweist dass du die Kontrolle über diesen Web Server hast es beweist dass sie die Möglichkeit haben auf diesen Web Server zu rekonfigurieren der auf dieser Domain arbeitet so dass ein neues Zertifikat ausgestellt werden kann und wir glauben dass das eine sehr starke Verifikations Methode ist und das ist unsere hauptsächliche Methode diese Verifikation durchzuführen okay eine andere Sache Endbenutzer müssen das nicht machen wir haben eine Software die das alles durchführt und wir glauben dass die Benutzer Software sehr einfach ist und das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Idee es sollte maximal so kompliziert sein das Zertifikat zu bekommen und es sollte weniger als eine Minute dauern um das Zertifikat zu bekommen und es zu installieren ich möchte Ihnen kurz ein Video zeigen das vorbereitet wurde von einem Kollegen von mir in der Universität von Michigan die Klein Applikation hauptsächlich geschrieben hat und ich versuche weiter zu sprechen und schaue dass ich mitteilte mit ihm das ist ein Video vom Programm wie es vor einer kurzen Version war Sie haben vielleicht eine Webseite und die Webseite hat kein HTTPS also wenn Sie zu der Webseite gehen gibt es einen Fehler das entweder hätte Zertifikat oder es überhaupt kein Zertifikat es gibt also dieses Zertifikat das ist ein Wahn und das ist okay es überprüft die Apache Verifikation und schaut welche virtuellen Hosts man hat und man kann für alle virtuellen Hosts ein Zertifikat holen und dann sagt okay ich mache einen Schlüssel ich mache eine Zertifikatsanfrage und ich verbinde mit dem Server und das Zertifikat installiert also ist am Ende und es rekonfiguriert Apache und sagt ob sie alle HTTP Seiten auf HTTPS Seiten weiterleiten wollen oder nicht okay James macht das nochmal und sagt wenn sie wissen was sie genau wollen dann gibt es ein nicht interaktiver Modus und dann muss man nicht das Einzelne einweisen eingeben Entschuldigung er möchte ein Zertifikat für eine Verschlüsselung Beispiel Demo und er macht den Schlüssel und macht den Apache und kriegt das Zertifikat und macht das aus und macht den Apache und dass es ordentlich weitergeleitet wird das heißt wenn sie die Seite neu starten dann wird das automatisch Seite DPS weitergeleitet Und so das hier funktioniert alles wenn der Client die Konfigurationsdateien verändern kann wir versuchen immer noch daran das so einfach zu machen egal welche Software benutzt wird ich arbeite auch an einer alleinstehenden Version die nur das Zertifikat herunter bekommt und eine Datei speichert 10 Server die das drauf installieren wollen das nicht unterstützt wird um für automatisierte Konfigurationen einfach nur das Zertifikat herunterladen kann und dann kann man damit machen was man möchte wir werden noch einen alleinstehenden Modus haben wo die Konfigurationsdateien nicht automatisch verändert aber wenn es die Backup-Serve-Automatikation verändert dann gibt es einen Backup-Mechanismus und Rollback-Mechanismus und das überprüft das heißt es wird nicht die Konfigurationsdateien ändern wenn es einen Fehler gibt dann wird die halten bleiben und wir schauen viel dass es sicher wird dass das zertifikatsicherste System sicher ist es gibt viele der Leute darauf arbeiten darüber wie früher die Sicherheits- Autoritäten sind wo die HTTPS-Fehler liegen wir wissen sehr genau dass es viele Risiken gibt dass wir falsche Zertifikate ausgeben oder Zertifikats- Autoritäten da reingetrickt werden oder dass irgendjemand ihnen ein Zertifikat ausstellen dass man sie verpflichten muss oder dass sie gehackt werden oder dass der Schlüssel gesklaut wird und all diese Sachen haben wir im Kopf und wir versuchen diese Zertifikate zu minimieren sondern wir glauben dass sie eine sehr große Pflicht ist und wir wollen damit sehr vorsichtig umgehen wir haben dass Ansichtbarkeit ein sehr wichtiges Teil in diesem System sein muss und wir werden wahrscheinlich etwas machen was sehr offensichtlich ist alle Zertifikate werden veröffentlicht und wir sagen wenn das Zertifikat nicht veröffentlicht würde öffentlich dann soll das nicht akzeptiert werden und es gibt andere Mechanismen an denen wir auch arbeiten insbesondere im Bereich der sichtbar wird warum haben wir dieses Zertifikat erstellt was sagen diese Zertifikate macht wir versuchen auch auszukriegen Sachen zu zertifizieren das sollte sagen hey das ist etwas das sie nicht zertifiziert haben sollen das wenn ein Zertifikat schon existiert für eine bestimmte Seite das immer noch gültig ist dann können wir sagen wir machen kein automatisches Zertifikat für diese Domain außer der Seite kann sagen hey ich habe den privaten Schlüssel des aktuellen Zertifikats und wenn sagt okay dass eine HTTPS Seite da draußen funktioniert dann werden wir nicht nur ein neues Zertifikat erstellen für irgendjemanden sondern nur für einen der den privaten Schlüssel kontrolliert es gibt auch andere Mechanismen die wir versuchen können wir wollen nie ein Zertifikat von eurer haben und wir werden das natürlich unterstützen wir sind sehr wichtig und sehr wichtig dass wir dieses Zertifikat nicht machen dass wir keine falschen Zertifikate ausstellen wir hoffen dass wir sehr weit integriert sind weil es eine sehr normale Sache ist die überall funktioniert und wir würden gerne in jedem Betriebssystem Operations System sein wir möchten in jedem Web Server Applikation drin sein wir würden gerne mit jedem Hosting Plattform drin sein wir würden gerne wenn sie irgendwo einen Hosting Provider haben dann gibt der Hosting Provider ihnen einen einfachen Klick oder gar keinen Klick Mechanismus wo sie ein Zertifikat von uns bekommen unser Protokoll ist offen und wir versuchen es zu standardisieren Sie können das Protokoll in ihrer eigenen Software machen dass sie auch ein Zertifikat bekommen ohne unsere Software zu benutzen oder wenn sie für einen Hosting Provider arbeiten und sie unseren Personen nicht mögen oder dann können sie ihren eigenen Software schreiben und sie können machen was sie wollen sie müssen nicht mit uns arbeiten sie müssen keine Verbindung mit uns aufnehmen sie können ganz einfach das Protokoll mit uns sprechen und wir hoffen dass Leute das machen werden wenn sie eine Organisation haben die das wichtig für uns ist dann haben wir gerne finanzielle Sponsorship aber das ist keine Anforderung mit uns zu integriert zu sein es ist nur etwas das sie machen können dass sie Internetsecherheit unterstützen ok das was ich machen wollte ich möchte sagen das sind die Leute die daran gearbeitet haben am kommerziellen Effekt von der EFF oder von der University of Michigan oder von Mozilla und während das Projekt sich entwickelt hat haben wir noch mehr Leute die daran arbeiten und sogar ein paar Freiwillige von draußen die anderen Aspekten daran arbeiten hier ist wunderschbare Zusammenarbeit und sie können unseren Quellcode anschauen weiterarbeiten testen Anmerkungen dazu geben und es wäre richtig toll wenn sie daran mitarbeiten würden also vielen Dank und ich glaube wir haben noch ein bisschen Zeit ich dachte es wäre nur eine halbe Stunde aber ich glaube ihr habt schon Fragen über diesen Projekt von daher ich dachte ihr werdet ein bisschen langer reden aber danke und ich glaube das sind ziemlich viele Fragen also das ist vielleicht eine gute Sache dass es so viel Zeit gibt gibt es eine Frage aus dem Internet wir starten mit dem Internet erste Frage funktioniert es nur mit Apache okay ich weiß nicht was Sie meinen es arbeitet funktioniert damit also das heißt wenn man das sieht was wir im Video machen das Zertifikat runterlädt und einstellt automatisch in der aktuellen Version haben wir nur Apache darin eingebaut im Moment in dieser Art und Weise insofern heute können Sie das so automatisiert nur mit Apache machen wir arbeiten daran dass es mit Nginx auch funktioniert und möglichst vielen anderen Servern also wenn Sie da helfen können bitte sehr gerne also es gibt keinen technischen Grund weshalb es mit irgendwas anderem nicht funktioniert wir müssen nur den Quellcode schreiben dass der Web Server dementsprechend rekonfiguriert wird und der wird für jeden Web Server unterschiedlich sein das Web Server Programm bevor wir da weitermachen ich sehe die Leute sitzen noch es gibt Leute die wenn ihr gehen müsst dann bitte nicht reden und relativ ruhig sein so und jetzt zu den Fragen Mikro Nummer eins ja bist du okay also die erste meine Frage gibt es eine Möglichkeit ein Zertifikat zu revoke also abkündigen und was irgendwas über Arbeit und was sind ihre kommerziellen Auswirkungen ihrer Arbeit ja dass ich das Demo Video abgebrochen habe vielleicht mache ich das gerade nochmal zurück während ich darüber rede das nächste Ding das im Video passiert ist Let's Encryptash Zurückrufen und es arbeitet darüber wie das Zurückrufen sogar schon eingebaut ist Zurückrufen ist genauso schnell wie das Ausstellen vielleicht ist es ein bisschen schneller wenn wir überhaupt nicht testen man muss nur beweisen dass man kryptographisch das Zertifikat kontrollieren dann kann man es zurückrufen ja zurückrufen ist sogar schon implementiert und das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Key Infrastruktur Schlüssel Infrastruktur und ich habe glaube ich noch von niemandem gehört dass die Zertifikation Autoritäten nicht gehört irgendjemand hat auf einer öffentlichen Mailing List geschrieben wahrscheinlich werden sie den ganzen Industrieregeln folgen und das ist bisher das einzige Kommentar von einer Zertifikations Autorität okay dann Mikrofon zwei also coole Sache also ich will es sehen was sind die Regeln für die anderen Partner was sind die Regeln die Hauptsache ist dass sie finanzielle Unterstützung geben ich hoffe dass sie es auch technisch benutzbar finden oder hilfreich dass ihre Kunden hilft aber im Moment ist es nur Geld oder das finanziell einfach passieren kann da sollten mehr Leute machen kann ich ein Zertifikat erstellen das nur für ein paar Tage das nur für ein paar Tage gültig ist damit ich irgendwie diesen ganzen Revocation Kram vermeiden kann wir haben viele Leute die sagen Shortlift Zertifikate könnten interessant sein wo sie viele Leute sagen das ist eine Alternative zu Rückrufmethoden das ist noch ein neues Akronym es gibt sehr viele Schwierigkeiten wie Browser das überprüfen sollen ob ein Zertifikat das ausgestellt wurde immer noch gültig ist und ein Mechanismus wurde dafür erstellt aber das funktioniert besonders gut dass ein Attacke Angreifer könnte das einfach umgehen und eine Alternative könnte sein sehr kurz gültige Zertifikate auszustellen das könnte deutlich einfacher sein mit unserer Technologie da wir die Möglichkeit haben ein neues Zertifikat zu installieren in die Konfiguration regulär häufig neu zu installieren wir können automatisierte Erneuerungen und Updating möglichen es könnte gemacht werden aber wir haben noch nicht beschlossen Job oder wie weit wir das in unserem System erlauben also kann ich die Frage noch nicht wirklich beantworten es ist etwas was wir sehr interessant finden weiter mit dem Internet gibt es einen Plan für andere Zertifikate als TLS wie zum Beispiel SSH oder zum Beispiel um PKI zu machen mit SSH ich glaube ich glaube nicht dass wir das sonderlich schnell machen können bis wir Web Private Key Infrastruktur machen können vielleicht wenn das ordentlich funktioniert und gut funktioniert und wir glauben dass es sein werden wird dann wird RSA gerne überprüfen ob wir andere Teile damit überprüfen können aber das hier ist unser erster Testfall und das wo wir anfangen Ich bin nicht sicher ob ihr das schon wusst aber das World Wide Wave Consortium Technical Architecture Gruppe schreiben gerade eine Studie über HTTPS und gibt dessen findet ihr solche Dokumente interessant und arbeitet ihr mit dem Wir sind sehr glücklich dass wir mit ihnen zusammen arbeiten können diese Rekommendation zu machen wir finden dass sie sehr gültig sind und sehr rechtzeitig sind ich weiß nicht was ich sonst noch sagen soll aber ich finde es gut dass sie das so machen ich finde es gut dass viele Leute im Internet Standard Kommunität sagen dass Kryptografie ein wichtiger Bestandteil des Internet Standards werden soll und auch der Technologiestandard und es ist nicht dass man etwas designt und dann macht man optionale Kryptografie Versionen ein paar später dazu macht sondern Kryptografie und Privatsphäre sollte ein Teil von jedem Netzwerk Protokoll sein von Anfang an Ich glaube die Leute hier sind damit einverstanden Okay Nummer 6 Wir sind super glücklich über sowas Wir diese erste Version auch Zertifikate für nicht Web TLS unterstützen wie XMPP oder SMTP Ja wir haben darüber geredet Es scheint dass im Moment in den meisten Fällen meistens TLS Implementation dasselbe Zertifikat akzeptiert wird für alle Anwendungen Das heißt das Subject Entity ist ein Domain Name und nicht unbedingt das Protokoll sein muss oder nur für ein Protokoll bestimmt sein Vielleicht sollte es Sicherheitsargumente aber es ist nicht Sie haben die Möglichkeit das Zertifikat das für einen Web Server in irgendeiner Art und Weise gemacht wurde und für einen XMPP Server benutzen oder für einen Mail Server benutzen und wir vermuten dass Leute das machen können wenn jemand ein Patch das das automatisch installiert wie ein anderer Server den man auf dem System hat installiert dann wäre das eine sehr benutzbare Funktionalität ein häufiger Fall für Leute die nur einen XMPP Server benutzen dass sie den Standalone Client ausführen der temporär einen Prozess der auf einem läuft der wird ein Zertifikat ausgestellt und das Zertifikat wird dann in der Datei gespeichert die der Systemadministrator könnte es dann auch woanders in einen anderen Service einführen wenn Leute das Prozess automatisierter machen bitte helfen Sie Werden Wildcards und Multidomain Namen Zertifikaten unterstützt Für Zertifikate für unterschiedliche Domain Names ja machen wir und es funktioniert sehr gut Sie fragen alle Domain Names die Sie wollen Ihrem Zertifikat und das überprüft alle davon und wir haben ein paar zusätzliche Funktionen für Leute die verbunden dass Zertifikate neu erstellt werden mit mehr oder weniger Namen in der Zukunft dann gibt es eine technische Methode die Verifikation zu erneuern dass man nicht jedes Mal ein Zertifikat neues machen kann Wildcard Zertifikate ist ein bisschen komplizierter wir wissen nicht wie die Verifikation die wir haben um Verifikation die sinnvoll sind um ein Weltkart Zertifikat machen können das ist eine Frage die sehr häufig aufkam und ich glaube dass die Antwort dazu ist im Moment wissen wir nicht wie man das machen sie werden was im Moment nicht machen wenn irgendjemand einen Mechanismus dafür vorschlagen möchte über den wir das sicher machen können dann werden wir das zumindest überlegen etwas als eine Person gesagt hat wenn wir ein Zertifikat neu ausstellen können in weniger als einer Minute mit einem unterschiedlichen Namen einer Ausfrage ist das Nötigkeit eines Weltkarten Zertifikaten notwendig es wird nicht mehr notwendig wenn man sagt oh ich habe einen neuen virtuellen Server und dann mache ich in 30 Sekunden den Zertifikat das ist kein Problem ein Standard erstellt hat die ein NSA Backdoor also Lücke enthalten hat ich kenne den Report und ich weiß nicht wie das die Details wie das passiert sind aber Erik arbeitet sehr aktiv und die Regel warum jemand das gefragt hat der Eric ist etwas der mit daran gearbeitet hat und Eric ist jemand der sehr aktiv im Internet Standard ist er editiert beim TLS Standard eine TLS Arbeitsgruppe und er hat viel Erfahrung damit mit den ganzen Internet Standardisierungs Prozessen Also ich weiß nicht wie das passiert ist aber ich glaube dass er das Dokument editiert hat als eine Regel in seiner TLS Arbeitsgruppe und nicht dass er gedacht hat dass es ein gutes Dokument war oder das jeder die benutzen sollte genau wie viele andere Leute mit Standardisierungssoftware arbeiten über ihren Namen unter vielen Sachen wie John Christian der nicht persönlich jeden Standard gemacht hat aber der viele Standards beprüft hat und ausgeführt hat beöffentlicht hat Wie nutzt das zusammen mit die Nutzung von DNS Zertifikate und könnte es irgendwann mal kommen in ein paar Jahren oder Okay also viele Leute sagten kryptografische Schlüsse in DNS zu machen und viele Mechanismen existieren dafür Es sind unterschiedliche Schulen wie man darüber nachdenkt ob man die Zertifikations Autoritäten über mit Domain Sicherheit Schlüssel ersetzen sollte oder ob man es benutzt um zu limitieren ob es eine additive oder eine zusätzliche Methodik ist um zu prüfen dass die Methodik richtig ist Wir haben im Moment keinen technischen Plan wie das funktionieren soll und es ist offensichtlich eine wichtige Entwicklung aber wenn Domäne im SAC Mechanismus die relevant sind um Ausführungsdoteien zu machen dann wollen wir das wissen und wollen wir da als Zertifikations Ausführerität weiter daran arbeiten Vielen Dank für die Arbeit ich mag es sehr gern Komplett automatisierten Systemen haben meistens eine Tendenz schlecht wenn sie ausfallen und ihr nehmt das komplett Ausnahme seid ihr sicher dass ihr einen wirklich schweren Fehler vermeiden könnt unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Fehlermodi also es gibt den Fehlermodus ein privater Schlüssel der Zertifikation Ausführerität falsch ist oder irgendjemand bekommt ein falsches Zertifikat ich glaube dass existierende Zertifikations Ausführeritäten einen falschen Zertifikat ausstellen können wenn jemand die Seite miss hinkriegt wenn jemand die Seite hinkriegt dann kann man genau diesen Verifikations Stimm zu machen als offenzielle Betrieb bei der Seite und das ist heutzutage auch da ich glaube dass wir uns gut fühlen dass wir diese Risiken nicht schlimmer machen wenn man eine Zertifikations Autorität machen kann dann kann man die zu irgendeinem Namen das falsche machen auch wenn es keine vorherige Macht gibt vorherige Kommunikation gibt es gibt keine prioritäre Relationship mit Google aber sie haben trotzdem für Google ein Zertifikat veröffentlicht es gibt immer dieses schwächste Link Problem und wir glauben dass wir nicht glauben dass es unser Design irgendwie besser macht es wird stärker als aktuelle okay Nummer 4 ihr macht das deutlich einfacher ein Zertifikat auszuholen und zu bekommen aber wollt ihr auch etwas machen für den Done Record oder die Flags zu erstellen und das kopieren in der Name Server ich glaube das wäre eine sehr gute Idee es ist hoffentlich nicht derselbe Server der Web Server und der Domain Name Server sind unterschiedliche Server und sie vermuten dass sie gerade nur die Konfiguration die jemand da rein importieren in eine andere Maschine machen ich denke das ist eine tolle Idee und es wäre gut wenn jemand ein Patch dafür schreiben würde dann nochmal vom Internet gibt es eine Obergrenze an Anzahl an Zertifikatsanfragen für einen bestimmten Domain also weiß nicht ob sie fragen können ob er klarifizieren möchte aber ist die Frage wie oft kann man ein neues Zertifikat fragen für eine bestimmte Domain oder Zeit Bereich also ich glaube nicht dass wir irgendwas darüber bestimmt haben Gravon Sechs Glaubt ihr dass Jared Osters diese da mitmachen würden und diese freien Zertifikaten verteilen würde Ich habe den Anfang der Frage nicht verstanden Shared Hosting Providers Ja Wir würden sehr gerne machen dass sie das selber machen und wir würden sehr gut finden wenn sie das hoffentlich mit guter Benutzung von meinen Servizen mit uns integrieren Wir würden sehr gerne mit irgendwelchen oder allen sprechen wenn wir eine Überraschung haben wenn sie starten dass es dann schon bei einem funktioniert der beste Fall ist dass sie uns sagen und dass sie einen Account macht dann kriegt man ah da ist ein neues Zertifikat das scheint als ob jemand das eingebaut hätte Wir müssen warten Nummer 6 Okay Nummer 5 Danke Erste Frage Ja Ihr könnt Web-Server Zertifikaten nutzen für Mail-Server und erste Frage Wie sieht die Finanzierung über eine längere Zeit Werdet ihr Spenden akzeptieren und werdet ihr die Infrastruktur der Zertifikatsautorität veröffentlichen also dokumentieren und veröffentlichen Zweite Frage Ich weiß nicht welche Teile der Infrastruktur öffentlich dokumentiert werden Die Zertifikatsautorität könnte selber oder die Version in Go die wir vor einer Woche veröffentlicht haben in seinem GitHub Account Das heißt wenn Sie die GitHub URL anschauen dann können Sie den Zertifikatsautoritätscode finden Da gibt es andere Teile der Zertifikatsaussprüche zur Infrastruktur wie Domain Name Server und wir wissen nicht welche Teile wir davon veröffentlichen können Die Teile sind nicht entschlossen Die Frage war über die langfristigen Finanzierungen Wir Wenn Sie in Ihr Geld mit Individualität oder Organisationen seid und es euch wichtig ist dann hätten wir es gut wenn Sie Sponsoren oder finanzielle Partner werden würden Wir haben keinen Mechanismus dass Individuelle uns Geld geben können und ich glaube dass das etwas ist das bald und nachdem das passieren wird nachdem die Amerikaner über unseren Steuerstatus sich entschließen noch eine Frage des Internets Kann ich ein Zertifikat erstellen für ein .onion Domain Das ist eine gute Frage Ich habe gerade über viele Leute darüber geredet und wir haben es jetzt auch nicht beantwortet Es gibt viele Leute die darüber sagen über den CIE Browser vorhoben und darüber reden Ich finde die Frage sehr faszinierend aber ich weiß die Antwort dafür noch nicht Plannt ihr mehrere Netzwerksichte in der Verifikations oder in der Beschädigungsmechanismus wie zum Beispiel wenn ich einen Cache habe der in DNS auf ein lokales Netzwerk basiert Ja Um das nochmal zu sagen wenn jemand ein Zertifikat anruft und der ein Teil des Domain Names Servers oder Routing Infrastruktur problematisiert und das eine Frage zu einer falschen Version der Seite weitergibt die verifikation wird die falsche Version gemacht und eine der möglichen Sachen ist dass wir die Verifikation mehrmals von unterschiedlichen Stellen aus dem Internet machen sodass komplizierter wird ein lokalisierten Angriff dafür benutzt dass nicht etwas Falsches authentifiziert wird und wir werden das machen wenn eine frühere Version die Tor dazu benutzt hat verschiedene Verifikationen zu machen das heißt wir würden eine direkt machen und ein oder zwei über Tora über unterschiedliche Exit Nodes aus unterschiedlichen Stellen ich weiß nicht ob oder wie weit wir Tor dafür benutzen in der Zukunft dafür benutzen aber Verifikation für verschiedene Wege ist aus genau diesem Grund ein Plient unserer Implantation Denkt ihr dass es also dass es Threat gibt dass es Angriff gibt gegen euer Projekt und eure Leute Acht Leute aus dem Kongress haben mich schon darüber gefragt ob es irgendwelche Angriffe darüber gibt das eine sehr häufige Frage und viele vertrauen dem amerikanischen Regierung nicht sonderlich wahrscheinlich aus einem guten Grund eine Antwort die jede Zertifikation in irgendeinem legalen Bereich arbeitet und es gibt viele Bereiche wo jeder dieser Juristik Bereich nicht ist es gibt eine Zertifikatsautorität in China die von einer chinesischen Betriebs ist und wir haben geschaut was Zertifikationsautoritäten gibt die nach ihrer eigenen Entscheidung mit 50 unterschiedlichen Staaten arbeiten und jede Autorität kann Zertifikaten zu irgendeinem Namen ausstellen ich glaube dass die amerikanische staat dass viele Leute besonders Angst drum haben wo wir auch sein werden wir werden nicht in allen 50 Staaten sein wir werden nur in den amerikanischen Staaten organisiert sein es gibt hauptsächlich drei Gründe warum Leute fühlen dass es nicht so schlimm ist wie sie am Anfang denken zuallererst ist das Projekt vielleicht anders als andere Zertifikatsautoritäten in den amerikanischen Staaten von einer Gruppe von Privacy und Anti-Surveillance Aktivisten Anti-Überwachung Wir arbeiten mit einer Firma mit über zwölf Anwälten, die mit uns arbeiten und dagegen kämpfen wollen und wir hoffen, dass wir dagegen vorgehen können. Wir würden sehr gerne richtig dagegen vorgehen. Also wir wollen die Chance nutzen, tatsächlich vor Gericht gehen, damit wir sehen, ob die das überhaupt, ob die das uns zwingen können und wir sind ein bisschen enthusiastischer als anderen. Weitere Frage? Also ich habe jetzt nur gedacht, dass es eine falsche Ausführung ist. Ich glaube, dass das Stoppen eine Autorizität ist und dass es legal wäre und dass viele Leute machen das und ich habe noch nie legale Probleme bekommen, dass es keine legalen Probleme damit gab, dass sie existieren. Haben wir einen Weg, um diesen Shared Hosting Providers zu Lobby zu machen? Ja, ich hoffe, dass viel, dass ein großer Provider sagt, ah, das machen wir auch, gratis oder für wenige Cent extra Zertifikate dafür zu erhöhen stellen und andere sagen, ja, das machen wir auch. Ich habe mit einem gesprochen, einen großen Provider, der da sehr interessiert dran war, um so ein Service bei denen zu integrieren. Das heißt, es ist gut möglich, dass das passieren wird. Er hat auch einen Vorschlag von einem auf dem Kongress, eine große Hosting-Konferenz in Europa passiert im Frühling. Und ich hoffe, dass da auch jemand sein kann und dort auch das Wort verteilen kann. Denkt ihr, dass Briefe oder E-Mail-Termustern verteilt werden könnten, dass ganz viele Leute diese Briefe schicken? Ich glaube, ich hätte es lieber in diesem Umfang, dass Leute zu individuellen Ingenieuren machen und dass man eine große E-Mails-Wellen schrickt. Ich glaube, dass, wenn man da anfängt, dass es eine technische Anforderung ist und dass wir am organisatorischen Level ankommen, dann werden andere sagen, hey, das wollen wir auch. Ich wollte fragen, ob ihr schon mit vorgegebenen CAs zusammenarbeiten, wie zum Beispiel CACERT, also irgendwas mit Class 1, die machen scheinbar das gleiche, als ihr gerade macht. Und deswegen, ja, ihr Skript ist mir hier ein bisschen besser, aber warum arbeitet ihr nicht zusammen? Okay, also... Applaus. Ich finde CACERT's Ziel sehr gut und das Ziel von anderen Leuten, diese Zertifikate, Infrastruktur, ein Gratis-Service, der für alle erhältlich sein kann. Das ist genau das, was wir machen müssen. Das ist, warum wir das Projekt durchführen. Und ich würde Leute, die mit uns zusammenarbeiten wollen, in Berührung zu kommen. CACERT insbesondere hat ein spezielles Modell und eine spezielle Infrastruktur, die anders ist, als die, die wir machen, auch wenn sie ähnlich ist. Aber ich glaube, insbesondere im Grundlage haben wir einen speziellen Weg entwickelt. Dann müssen wir es einfach schneller machen können, schneller die Zertifikate herausgeben können. Insofern versuchen wir, diese Erstellung einer neuen C-Creative, weil es ein schneller Weg ist, unser Ziel zu erreichen, öffentliche Zertifikate, die die Öffentlichkeit zu weitergeben. Wenn es irgendjemand noch Erfahrung hat, wie CACERT hat, die irgendwelche Ideen hat, technische Ideen oder Zusammenarbeitsideen, die sollten definitiv mit uns in Kontakt treten. Darf ich noch mal was sagen? Kann ich noch mal reden, ja. Also, soweit ich weiß, der neue System beim CACERT ist, wird gerade geschrieben und es gibt ziemlich viele Änderungen und es wird ein bisschen anders. Vielleicht könnt ihr da zusammenarbeiten für ein Projekt. Ja, sollten wir definitiv drüber reden. Okay, dann Nummer 6. Nummer 6. Hi, ich habe zwei Fragen. Erste Frage ist, wenn ihr ein Zertifikat nochmal macht, muss man dabei die private Schlüssel wechseln? Was? Ich habe nicht darüber nachgedacht. Okay, es gibt andere Leute, die beim Protokoll arbeiten, die haben darüber nachgedacht. Der normale Fall, das Zertifikat zu ändern, ohne die ganzen Schritte neu zu machen, ist derselbe private Schlüssel und einen Namen dazuzufügen oder hinwegzunehmen. Und in dem Fall können wir diese Validation der Kontrolle für den aktuell Validierten machen, wenn man einfach weiterführt, dass man dieselbe Gruppe ist, die uns vorher kontaktiert hat, die wir schon vorher überprüft haben. Den privaten Schlüssel zu ändern, wäre ein ausreichend großer Schritt, dass wir die komplette Validation neu machen wollen, um das keine komplett andere Identität ist, die von Anfang an dazu kommt. Ich habe eine zweite Frage, die da weiterführt. Wenn ihr ständig neue Zertifikate erstellt mit dem gleichen privaten Schlüssel, die Revokation wird schwieriger, weil man muss jeder einzelne Zertifikat, der bisher soweit erteilt wurde. Und wie, weil ihr eine skalierbare Frage, wo OCSP relativ schnell ist, es gibt sehr viel Traffic, das da mitkommt. Und wie plant ihr, eine Netzwerk-Infrastruktur zu bauen, die damit funktioniert? Ich bin sehr froh, dass ich nicht in OCSP arbeiten muss und ich weiß wirklich nicht, die Leuten die OCSP-Antworten schreiben. Aber wenn ich das gesagt habe, müssen wir eine große Hosting-Provide haben. Wir wissen noch nicht, wie groß, aber wir müssen schauen, wo wir das herkriegen. Aber wenn Sie Veränderungen machen, wenn wir ein neues Zertifikat erstellen, werden wir das alte automatisch zurückziehen. Aber wirklich, da ist deutlich viel Verkehr und sehr viel OZE-Daten. Also es ist ein großes Problem. Ich hoffe, dass meine Kollegen eine großartige Lösung dazu finden. Letzte Frage. Und es hat schon eine halbe Stunde, ist aus dem Internet. Versucht ihr, um eine Autorität zu grenzen, wie zum Beispiel Europa? Mit dem falschen Ausdruck, das wäre eine gute Idee, eine Autoritätsnorme von Anfang an. Und die Leute, die die Zertifikaten herausgeben und die Leute, die die kryptografischen Schlüssel machen, einfach näher zusammenbringen. Also wie Leute zeigen, das sind die Näume, die wir als Autorität darüber machen, wer den Namen kontrolliert. Und wenn Sie wissen, wer den Namen kontrolliert, dann sollten Sie auch sagen, bei einer, der ein Zertifikat oder eine öffentliche Schlüssel machen wollen, ob wirklich der Besitzer ist oder nicht. Aber während Sie das gesagt haben, dann ist es nicht das System, das in den 90ern erstellt wurde. Das System, das in den 90ern erstellt wurde, auch wenn es Erweiterungen hat, die das ermöglichen, hat keine Namen Konstruktion, also Einschränkungen. Und ich glaube nicht, dass wir einen wirklichen, einen direkten Weg sehen, wo wir so etwas implementieren können. Für die generelle Frage, für einen bestimmten Namen ein Zertifikat zu erstellen, seit es Namenshalter des Registrators gibt es einen Mechanismus, das nennt sich CAA. Ah, ich glaube, das ist sehr interessant, was wir implementieren wollen. Mein Mechanismus ist, sagt, ich möchte nur dieses CAA für meinen Domain-Namen irgendwas machen und nur diese eine Zertifikation, Autorität. Das muss aber jeder einzelne Domain-Name machen. Das wäre vielleicht sinnvolle Methodik, insbesondere um falsche Ausstellungen zu verhindern. Okay. So, das war's, das ist schön und... Damit ist auch unsere Übersetzung beendet. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie wirklich ein Feedback haben, dann können Sie... ... ... ... ... ... ... ...